Oh Mann ey, was sieht man hier, oh Rüdiger, 87er, I'll take it, I'll fucking take it. Ja, fang mir mal nicht so schlecht an, ich sag mal so, wenn du aus diesen Upgrade Packs zumindest mal ein Walkout ziehst, das ist ja schon mal ein Erfolgerlebnis. Vielleicht mal so ein Petri Nominee? Alaba, oh nice, wenn die Walkouts nicht mehr richtig angezeigt, wie wenn die nie angezeigt, aber nice. Komm, halber Fuffi noch mal, halber Fuffi muss jetzt gönnen, halber Fuffi bitte, ja zumindest ein Walkout ey, it's Tony fucking Kroos, I'll take it Tony Kroos. Ich mach 1 auf, ich teste mal 1, ich teste mal 1, wenn das gut ist oder dann mach ich das andere auch auf, komm, Doppel 85er, for the fun man, for the fun. Ah, Schrott Digga, ne das andere hebe ich auf, Schrott, Schrott Digga, Müll, das ist komplett Müll, Doppel 85er, ich geh einfach Min Rating ey, ich feier gerne Story Games nicht so, doch, ich find Story Games eigentlich geil, aber das ist halt so Open World ne, das hat viel zu tun, viel zu machen und das musst du glaub ich fühlen, das sind ja wahrscheinlich viele, oh, Mohamed Solo, okay Premier League Packs, Premier League Packs kommen langsam, come on EA, today is a day man, today is a day, another blue man, it's time for another blue, he is EA, blue, ja, ah, es ist noch fucking good, oh, baby, oh, das ist nice, wie viel ist das Chat, 300k, das ist nice, Alfonso Davies man, das ist richtig nice Chat, das ist richtig nice, das ist pretty nice, vielleicht was dahinter noch, ne, aber gut, 300k ist nice, uff, das ist nice Chat 300k, Davies ist nice, ich dachte, wie das so ein Müllkart, aber ey, die haben wir ja schon getestet, und wir haben Mane Chat, das Gute ist, wir haben Mane, oh, baby man, die können wir easy linken dann mit Mane, wir versuchen das, 584, back to back, oh Mein Gott, Noohole, boi, bekle ich nochmal zwei, ah hat der! k本当 quarterbacka quanto 2, ha 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 ha, oh mein Gott, Bunker Offen Chat, es gibt's nicht das Bunker offen ist, ich habe gesagt Bunker ist jetzt offen. Deswegen glaube ich gewartet die ganze Zeit, oh mein Gott vieler krank Meu seas noch dahinter, oh mein goodness, oh mein, Punkt ist offen, gibt Vorlags, ein paar bois, jetzt noch rein, neem, dann haben wir noch hier oh mein gott okay genau vor geht zehn mal drei nass ja noch back to back to back dabei geht es okay punkt dazu glaube ich jetzt wieder aber super was das war super man oh mein gott was nassi man was fucking nassi hier eins von den beiden machen wir noch hier das auf die beiden auf dann mache ich eins von den 83 wenn ein toter einkommen sind dreimal 78 dann dreimal 78 50 oh mein gott es kam wirklich einer baby zum glück bin ich noch nicht reingegangen mann oh mein gott fand das ist nice das ist einer meiner lieblings tollhüter mann holy shit my friend bunker offen chat müssen rein bunker offen chat warte wir freuen uns gleich ich gehe ganz schnell rein chat bunker ist offen nämlich grad wir gehen ins 83 wenn jetzt was kommt dann jetzt 321 let's go komm ah schade mann you always can try aber ich bin zufrieden jungs wir sind so zufrieden ja diese 83 x 25 die gönnen einfach gar nichts scheiß drauf scheiß drauf fuck it fuck it fuck it ja bisschen futter ist in ordnung viele duplikate ja das meine ich halt ne ich krieg eine ultra viele duplikate noch nicht noch mal ein paar brimley packs auf vielleicht kommt hier noch mal ein kuli bali auf cheeky uuuhh allison auf jeden fall jetzt keine packs öffnen die nicht beliefen allison nice endlich mal wieder ein bisschen futter guter futter auch allison ok geh mal hier rein 285er uuh baby come on man come on EA ok come on now will nix kommen will ich nicht böse ich bin bis jetzt zufrieden mit der ausbeute komm da hat es eine impfforme da kann nichts mehr dahinter sein ne das mache es den habe ich schon den muss ich irgendwo abgeben jetzt ich glaube wir müssen ah wir können Dings anfangen wir können äh den Dings äh Jorginho fertig machen dann ok schade muss fertig ja ich mach ein save fertig aber das ding ist ich hab Angst dass ich ja der wird eh nicht wenn er kommt dann kommt der scheiß drauf na ehrlich er kommt eh nicht der MPP ich hab jetzt abgegeben scheiß drauf ok 321 come on einmal vielleicht noch blau EA come on man 3x 85er wer ist das oh das fake hier man oh das fucking fake hier shit ja kann auch nichts mehr dahinter sein oder chat ah hättest Vinicius sein können ich guck mal grad hättest Vinicius sein können come on man come on now EA verteidigen kann ich doch oder nicht ah können wir noch einplauen ne ist ein Impformsdelikt ne ne wer ist das ah das 85er sogar noch oh aber es kann natürlich alle andere Goldkarten dahinter sein ah schade das ist nicht so gut das Pack ah haben wir noch 2 tige Walkouts aber ja haben wir noch ein Premier League Pack ja ein machen komm mal ein Premier Pack mach ich noch grad auf ah oh ein Walkout glaube ich oder na den haben wir doch grad eben gezogen ja ich glaube es geht weiter mit MPP Chat ich glaube es geht weiter mit MPP oh mein Gott doppelter Walkout gehen wir ins erste 100 dafür heute rein vielleicht haben wir da ein bisschen Glück 3 2 1 ne ist nichts kein Blau schade ist aber ein Walkout ist äh ne ist kein Walkout das Busquets fuck come on EA please bitte EA one more blue wenn nicht dann auch nicht schlimm aber one more blue would be nice na komm nix digga du Lashi der kommt nicht mal Walkouts ey die sind ja Ultras kacke ey aber genau deswegen geh ich hier rein scherzen mir egal die können mir sagen was soll ich hab mich umentschieden ich hab mich umentschieden ich geh doch bis zu schieben neaaain kommt nix scheiße man oh mein Gott digga ist das ein Schrottpack alter was was ein Müll come on EA come on jetzt come on now 584 maybe zum aufwachen damit alle wieder wach werden guck mal let's go yeah jaa ich wusste es nicht mal Walkout ne wer ist das ja ok 7,8 der Köpfe haben wir zumindest aber ja nicht gut genug chat nicht gut genug muss blau werden sonst ja 10x83 hat noch hinterher komm fuck it vielleicht irgendwas zum aufwachen die haben bis jetzt noch nie irgendwas gegönnt oder 10x83 bei mir ich glaub nicht naaa Bunker zu grad is not good Cain wenigstens geht ja gar nicht Cain ich Idiot ja ist nicht gut chat nicht mal ein Walkout pfff ja ist nicht nice fuck it immer noch in den 100er rein chat komm zum aufwachen hoffentlich jetzt auch wenn grad Bunker zu ist vielleicht jetzt ist der Bunker auf komm ja man muss ja mal aufgehen ja Tocchi AAUH DER OH NE ich dachte es wäre der BUNE ich dachte es wäre der BUNE oh ich dachte es wäre der BUNE ich dachte es wäre der BUNE mann ich dachte es wäre der BUNE gewesen mann ich dachte es wäre der BUNE mann ich dachte es wäre der BUNE ohhhh scheiße ich mein gutes Rating für FUTTER aber ich schwörs nicht ich hab gar nicht an Cain gedacht ich dachte grad das wäre der BUNE mann oh fuck ja ist fuck das ist ein Bruch das ist ein Bruch ich mein wenigstens haben wir einen gezogen mal wieder zum aufwachen ich mein besser als gar keinen zu ziehen sie mehr so ein 100k Pack ist jetzt auch nicht so krass ein 100k Pack aber boah brother guck mal 3 2 1 come on let's go ja ja kann mich nicht beschweren nein Jordi Alba nein das sind 3 von 8 ich hab so viel Duplikat jetzt oh das war kein Walkout-Transition krass das hat mich jetzt richtig gefickt hier also wenn ich tippen gehe waschdings ähm Bayern und Übertore was war das Übertore 2-5 oder sowas und das Marshmorm oh oh tauschbar 2 4 oh oh ja das war tauschbar ich bin nicht sicher ich glaub das war League SPC tauschbar chat ich glaub das war tauschbar chat ich bin nicht sicher aufs tauschbar war chat aber es ist mir scheißegal es ist mir nicht oh mein Gott ich glaub das war tauschbar das war grad außer League SPC ich hab die grad gerecrafted League SPC ich sag euch immer craftet eure Zeug immer craftet jeden einzelnen Spieler es wird belohnt ich... guck mal AHHHHHHAHAHAHAHAHAHA oh mein Gott ey krass chat es ist tauschbar außer League aus ne halben 50k pack ist das einfach 2 1,8 Millionen oh mein Gott I'm done I'm done chat I'm fucking done 1,8 Millionen oh Dinguock ich glaub ich bin es einfach tauschbar chat 1,8 Millionen hab ich gemacht 1 halbes 45er ist das sogar schon 1 halbes 45er oh mein god ist das grad auch so billiges Pack deswegen sag ich Jungs die League SPC sind das einfach Alter tauschbar 1,8 Millionen fand ich... ich hätte auch gesagt und tauschbar hätte ich ihn genommen Aber tauschbar ist das umso geiler, man. 3, 2, 1. Tauschbar, junger. Stell dir mal vor. Ne, ist nichts mehr. Okay, gut. All good. All good. Wer ist das? Ciao, Felix. Eben war doch schon Ciao, Felix. Nochmal Ciao, Felix. Alles gut. Ist gut. Ist gut, man. Ist gut. Oh, 20k. Big fucking win. Uff, baby. So, come on, man. Plut noch einmal. Ja, egal. Take it. Ein neues Rating. Ein neues Rating ist ein neues Rating. Den habe ich schon, aber ist trotzdem gut, chat. Fuck it. Ich bin nicht undankbar. Siehst du das, EA? Ich bin dankbar für ein Duplikat. Ich bin dankbar für ein Duplikat. Ich bin dankbar für ein Duplikat. Ist mir egal, ob der ein Duplikat ist, chat. Ich bin dankbar. Boah, was wir da abgeben. Krass. Cancelo, Gerhard Müller. Das sieht schon krass aus, was wir hier abgeben, ne? aber passt schon, Chat, das passt schon, das passt schon alles, Kopf und Fuß, okay, let's go, let's go, wir haben noch zwei 780er-Teams übrig, krass, ich guck mal, wie viel das mir noch kostet, MPP fertig zu machen, okay, wir haben MPP gerade 300k wieder abgezogen, das heißt, wir haben jetzt noch zwei 780er übrig, das sind zweimal 400k, äh, zweimal 200k, 400k haben wir noch, wir haben 1,7 Millionen durchgegrindet, uh, nochmal walk out, walk out, ist die Ratte, nein, 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 das ist nicht die Ratte, das ist Barella, ich werde kaufen sofort, das sind alle so teuer, uh, Piel, 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 Ding, Dong, mir ne, Tichi, Tinding, Tich, Tinting, dann wird ein Ende gelegen, weil das, oh, Mares, oh nice, hab ich nutzkommen, ja, geil, Roy, die Primlich Update Packs kommen, Langsam, Chat, die kommen da, sie haben die Fahrt, man. Nice. Oh mein Gott, das ist nice, nice, nice. Drei. Zwei. Eins. Komm mal, ein Centurium, was hast du drauf? Oh, ist doch mal ein Normal-Mini, komm, es könnte ein guter sein. Den habe ich noch nicht, okay. 9, 8, 4, Mandata. Oder Mandata, sag ich, Hermagnon. Können den Counter wieder nach oben stellen. Nehme ich mit. Den hat mir noch nicht ein Verein gehabt, warum nicht. War es trotzdem sehr erfolgreich. Also wir haben heute echt krass viel gezogen, muss man sagen. We take it, ey. Ja. Mein Jahr. 60k ist jetzt nicht die Welt. Nur ein Walkout, vielleicht dahinter noch. Irgendwas versteckt. Ne, wir haben hier die Scheiße noch. Was? Wie? Bis zum nächsten Mal.